und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von let's adventure map the code heute geht es weiter mit lightning so und dann aber wieder zurück in die normale perspektive so und zwar schon in der letzten folge gesehen was wir hier machen müssen zwar alle schalter hier nach rechts um switchen damit auch alle lichter angehen dann würde ich mal sagen machen wir das pro reihe nein du bleibst da so was macht ihr so viel spaß ja hallo du bitte auch noch sondern nur noch zwei dann ein kurzer blick es müssen jetzt alle dort sein dann mal runter 1 2 8 und 3 2 1 dann hätten wir das dann beeilen uns doch mal die erste code folgt so eine sekunde so weg mit dir ich brauche ich nicht mehr so 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 Checking the code opening room 17 so Velocity okay was haben wir hier auch nur ist es eine adventure auch nur die troppel ist grüßen eine treu eine 3 so noch das wird spaßig so würde kein descounter in eingerostet in sachen so schwere gepostet und ach du das wird hier etwas schwieriger ich habe mich das überleben konnte okay das wird dauern das wird aber auch wirklich immer an der selbst stellen 8 das müssen das noch zweimal überleben eine 4 ich habe schon mal die 4 gesehen das hat jetzt wir wussten alle dass das nicht funktionieren würde oder geschafft das paar mal gemacht hat dann weiß man ja wie es geht so was erwartet mich hier ach du liebes bisschen gott 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 okay 1 0 dann haben wir den code aber ich komme jetzt ist wahrscheinlich nicht wieder da raus ich bin bei ich möchte das schaffen ich möchte das schaffen so schwer kann es doch gar nicht sein hast immer so mittig und dann haben wir so richtig abgeschlossen wunderbar das war jetzt falsch so 5 5 5 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 13 wo muss ich jetzt die ganzen lichter daraus machen das ist jedoch mehr arbeit ich glaube ja ich glaube ich muss alle lichter ausmachen ok dann gehe ich jetzt für elf reihe so dann hier jetzt kann ich nur um jahren so weiß ich nicht ob das hier überhaupt richtig ist dass ich hier mache das war ja sein hinten das mit dem schalter vorhanden ich bin es dann nach hinten so kommt es noch hin und so müsste ich alle haben dann nochmal nach unten und tatsache 12 167 12 167 echt geil gemacht das muss man schon sagen oder ist das eine 0 wir denken das schon werden den richtigen code was war das denn jetzt nicht recht mit 12 167 so checking opening room 19 please yes es ist great ok was haben wir denn als nächstes qr code das ist aber kein qr code oder bist du ein co-merger ok aber wo krieg ich denn den qr code hinher gehe ich das jetzt davon oder habe ich die meinen öffnen da dann habe ich nicht dann für die kriege ich nur ein zettel das ist hier was dran das ist hier was dran Piece of Code! Wo kriege ich denn Piece of Code? Ah! Merci beaucoup! mich schaue ich mir das jetzt an also gut dass ich mein handy immer bereit habe 3 4 6 3 3 4 6 3 3 4 6 3 ich gut gemacht finde ich so 2 3 4 6 3 opening room 20 so dann kriegst du dann kurz wieder aber ich nämlich nicht mehr last but not least pixel perfekt ok geben jetzt zahlen was macht die null mehr dunkel statt hell könnte nichts davon sein die 1 das auch zu nichts ok die 2 ich würde mal sagen dass die vorletzte zahl dann bin ich noch mal kurz einen schluck machen wir mal 4 komplett dunkel haben wir nicht die 6 hell mit etwas dunkel könnte die dritte zahl sein ok die 8 ist die erste zahl würde ich mal sagen kann ich noch mal die 6 sehen ok das heißt es fehlt uns jetzt wirklich nur noch die letzte und die zweite so hat die 9 könnte die letzte sogar sein so dann fehlt uns jetzt 2 ist die zweite das war sieben das könnte die letzte zahl sein so dann schauen wir doch mal 8 9 6 2 7 und 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 opening room 21 »CEUK das ist • coal zu k doubling sagt jetzt nicht das das machen wir dann in der nächsten folge kann ich auch das sehen das sieht aus wie gut aber dann würde ich jetzt an dieser stelle sagen dankeschön fürs zuschauen und bis zum nächsten mal bei let's play minecraft adventure map so co ist dahin